Ok, diese Station hier ist das Lern- und Studiengebäude, kurz das LSG. Das ist das aktuellste Gebäude auf dem Hauptcampus. Das wurde 2013 auf studentische Initiative hin fertiggestellt und hier könnt ihr euch einzeln, aber auch Gruppenarbeitsräume buchen für bis zu 24 Leute und das geschieht über das Online-Portal, also auch über eCampus. Die Öffnungszeiten hier sind von 7 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, also habt ihr ausreichend Zeit, euch in Ruhe hinzusetzen und alleine oder auch mit euren Kommilitonen zusammenzuarbeiten. Sobald ihr hier angekommen seid, könnt ihr einfach mit eurem Studierendenausweis euch anmelden und dann den jeweiligen Raum, den ihr gebucht habt, betreten.